So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Never Unterhältnisse, den wir letztes Mal gesehen haben, die Kiwi, glaube ich, und wir, wir gehen jetzt zu, oh nee, Save Zone on Attack, da wo wir hinwollen. Wir gehen zum Loot Drop, dann gehen wir die Päckchen noch nicht abgeben, wir gehen dann zum Loot Drop und wir testen diesen Glider. Wir wissen, wie das ist. Wir haben den Drecksack jetzt geholt und dann sollte auch funktionieren. Na, los, irgendwie redig, ja. Na ja, wenn ich, wenn man von, er sieht ziemlich scheiße aus, muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. Hm. Ich glaube, wenn man von weit oben runter springt, dann hilft einem das vielleicht, dass man weich, in Anführungsstrichen, landet. Na ja. Ich weiß nicht, wie es von außen aussieht. Könnte vielleicht auch irgendwas haben, aber... Komm, wir geben uns die Scheiße jetzt, komm. Du da! Ja, Mann. Kriegst du uns nicht? Alter! Taucht der Sack raus raus. Alter, wie viel Leben der hat. Gekillt! Gekillt! Ein Never Golem war das. Alter! Neun Shotgun-Schüsse! Wie zieht denn denn die Shotgun? 600! Sechs fucking 100! Naja, wir haben ihn gekillt. Das ist ein Golem, also. Und wir müssen noch... Ah, da, Loot Drop hier. Da! So, da müsste jetzt irgendwas sein. Hm. Da läuft auch einer rum. Er hat halt keine Waffe. Moin. Ich bin friendly, Kuppel. Ja, der hört mich jetzt nicht. Hi, Guys! Hi! Komm, wir ballern den für direkt. Komm, wir sind nett heute. Ich weiß nur nicht, wie man redet. Wollen wir mal. Chat. Enter. Ah! Weg vom Chat. Ich würd gern wissen. Alter, der wird übrigens mega laut. YouTube friendly. Yep. Das ist Crimson? Ne, Drexel. Naja, egal. Wir wollen hier Loot suchen. Nur hab ich keine, keine gescheite Waffe mehr. Da hinten ist einer. Oh, hier liegt Stuff. Nice! Get him, Reaper. Vielleicht sagt er einer gestorben. Small cash. Lack noch was. Too heavy. Dude, every shooter dead. Alter, ist der laut. They have us. Sorry for. It's okay. Alter, ist der laut. Boah, ich würd diesen Sprachchat echt ausmachen. Alter. Mute-Voice-Chat, da haben wir's. Bezieht der auf mich? Oh, da ist einer. Ich würd sagen, wir rüsten sofort den Tome. Dude, der Schütz. Alter, ich hab den Voice-Chat gemutet. Lie. So. Was? Ach, das sind solche. Scheiße. Nicht auch gesehen. Na, na, kommt mir hinterher. Okay, Standard-Taktik. Rumlaufen. Ja, nice. Die Waffe, die greift schnell an. Das ist gut. Jetzt wüsste ich echt mal Voice Chat, ist das Z? Ne Hi Ne, hört man nicht Ja gut, ich hab's eh gemutet, also ist mir schon egal Show Chat for new messages Aktiviert, gut Naja Dann Ich weiß nicht, was passiert denn jetzt hier? Ich würde gesagt, hier Drop, äh Loot irgendwas wird fallen gelassen Alter, hat er mich gar nicht angegriffen Sicherheitshalber Würde ich sagen Spiel mir den Mafaka mal Gut, da ist wieder so einer Können alle nichts Gehen wir mal gucken Beil dich Ein Baseballschläger Ja, beste Waffe ever Da oben hab ich glaube ich was gesehen Da Okay Wir müssen jetzt noch ne Bromax trinken Ich will nämlich wieder Ich will nämlich wieder Ich will nicht live Regie haben So Ekelig die Viecher Richtig eklig Oh, da hinten ist ein normaler Ja gut, der hat mich jetzt gesehen Dann werden wir den auch nochmal töten Ja komm Pick up Hm, die Kacke None of Space and Backpack Minus 1 Ach, Mann Das müsste ich halt echt nachschlagen Wie man Wie man diesen Backpack benutzt Weil da Da liegt's Stuff Und das ist glaube ich was ziemlich Gutes Wir fressen aber unsere Water Bottle hier mal auf Hm Gut, ich werd's mal versuchen hier Alter Gut, wir versuchen's mal Ich werd meinen Laptop hier öffnen Nebendran Ähm Und Äh, stell mich mal kurz an Alter Oh Na komm Okay Könnte ich jetzt nehmen Womöglich Ja doch Okay Backpack Sag mal Drop Drop Ich teste es nochmal Wir machen noch Ne Wir machen es noch nicht Äh So schnell Geben wir nicht auf Übrigens die Sachen Die spawnen Also das ist schon ziemlich schnell Uh Buttersknife Shriekarton Ja jetzt sind wir voll Okay Können wir wegwerfen Genauso schnell wie meins Können wir also wegwerfen Buttersknife Können wir auch wegwerfen Shriekarton Nehmen wir mit Und das nehmen wir mit Fick up small backpack Ne ich glaub wir haben Wir haben Wieder unser Mentor voll Wecke 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 Gut Man kann die auch töten Scheiße Das hat weh getan Das hat weh getan Ja Eklig die Viecher Okay Ich weiß halt jetzt nicht Ob da jetzt permanent Immer was oder vielleicht Loot Drop Remaining Immer noch Komm wir machen wir Spielen mit dem Terminator Komm Zerplats Plach Eklig Einmal nur eklig Weg Zu dem hier Da höre ich Ein Viech Aua Da war ich zu langer Naja Alter Ob der den anderen auch Damage macht Ist mir jetzt auch grad egal Da ist wieder ein Crawler aufgetaucht Woher rennt denn der Gut Ist mir jetzt einfach egal Mach den jetzt kalt Okay Wenn die also ihre Blubbläsen kriegen Kann man die nicht mehr töten Äh Also Man kann denen Kein Damage mehr machen Interessant Gut zu wissen Okay Würde ich jetzt gerne essen Was ist das denn Alter Was ein Mongo Was für ein Mongo Was für ein Mongo Naja gut Normal ne In so einem Spiel Braucht man hier nicht Irgendwie hoffen Dass die Leute nett sind Aber das hat mich schon Irgendwie Grad erschreckt Dann ballert mich da Einfach einer nieder Hey Grad als wir da So an einem geilen Point sind Komm safe zone So Wir kaufen uns jetzt Ne Waffe Gehen zu dem hin Knallen den Äh Dingsden den weg Knifen den weg Den Für den Kill räch ich mich Das war asozial Hihi So Ups Da Dann holen wir uns wieder hier Billig Komm Bye Ja Prochase Komm Zack rein Sell Ah Sell Gut So Prochase Grim Reaper Andersrum In die Richtung Ja Dann auf geht's Du bist so ein fucking Wichser Du bist einfach so ein fucking Wichser Ja komm Leck mich ey Ich hatte bestimmt sowas gehabt Ernsthaft sowas ist freudig Naja Da Da läuft was rum Na komm Na komm Gehen wir kurz mal wieder Wenig leveln Oh Ein Golem Ich denke mal Dass der Golem Nicht angreifen wird Solange wir noch Protected sind Laufen wir mal schnell vorbei Na weißt du denkste Denkste Leute sind halbwegs in Ordnung Na Kommt einer vorbei Ballert dich weg Aber so ist das in Überlebensspielen Ich hätte die anderen auch Auch killen können Aber ich weiß nicht wie das mit dem Backpack abgeht Und sobald ich's weiß Werde ich's auf jeden Fall Äh Hart ausnutzen Da müsste noch mein Zeug liegen Da muss man anlocken Komm Dann gehen wir mal gucken Vielleicht kann ich noch ein wenig Vielleicht kann ich noch ein wenig von meinem Stuff aufsammeln Der hat nämlich nix mitgenommen Oder wenig Wir wissen jetzt Dass wir die Axt Sehr für lau Kaufen können So Haben wir Haben wir Haben wir Haben wir Ein Freund ist auch gespawnt Ich hatte ihn doch zweimal gehittet So weg Hast du fallen lassen Bone Ich glaube wir haben schon keinen Platz mehr Wait Nee Die droppe ich Da kann ich nix mit anfangen Ich stehe jetzt wieder mitgenommen Was ist denn das eigentlich Boah du Anti-Nerror-Device Ah ok Brauch ich aber nicht So Haben wir schon mal Ein Teil vom wichtigen Shit Nehmen wir nochmal hin Vielleicht ist da was Neues gedroppt Ich meine Dieser Spot hier Ist nicht umsonst da Und Ja gut Das ist kein Loot-Drop mehr Ich habe das schon leer gefarmt Oh da hinten ist das explodiert Das heißt Da ist ein Spieler Alter Alter Ich sehe nix Mega scheiße So Machen wir das am besten Sagen wir laufen ein wenig Slalom Ja gut wir werden sterben Ja der letzte hat es gekillt Komm wir holen aber unser Zeug gerade wieder Safe Zone Komm Zack Wir sind in dieser Safe Zone Das heißt wir müssen da lang laufen Unser Zeug wieder zu holen Ja Kein Problem Also es ist gut dass wir wissen wo es ist Sehr gut sogar Dann können wir nämlich gleich wieder zurück laufen Und die Scheiße holen Ernsthaft Diesen einen Typen da Wenn ich den nochmal sehe Der hieß Ich glaube einer von denen ist es Ne Da war nicht BKW vorne dran Der hat einen anderen Anderen Dingsnamen vorne dran Der hat mich anguckt Alter Ist voll scheiße aus Der Typ Hoho Oh sorry Da wieder der Golem Der chillt da hinten Ich hatte noch so einen Skin von dem Ich will den nicht verlieren Wenn dann lieber Lieber verkaufe ich den Oh jetzt habe ich die ganze Aussage verbraucht Mist Komm Ausdauer Komm zurück Du willst es auch Ich weiß es Ja da ist er Ich weiß auch ungefähr wo wir gestorben sind Da hinten liegt nicht nur was darf Da hinten Da liegt die ganze Scheiße So schon mal Sicherheitsherrf Falls irgendwas passiert Da ist schon der erste Ich würde sagen Das war ziemlich gut Und schnell in der geht Das war weniger gut Müssten alle weg sein Müssten alle weg sein Hat der gerade was So ein Crunchies Crunchy Pins fallen lassen Blop Lecker Doch zu lange um die Scheiße aufzuheben Aua So wieder Ich habe mir so einen Dreckswinglider geholt Für 300 Will ich behalten Und das hier Ich denke mal das war alles was mir noch was mir wichtig ist hier gerade Dann gehen wir zurück und gucken mal ob wir was verkaufen können 10 R.E.P. mit Sons of Apocalypse Das ist wohl heiß Müsst du plus 15 XP Vielleicht level ich da auch und wähle ich meinen Clan oder sowas Keine Ahnung Sehr praktisch Na testen wir mal was macht dieser Ah der gibt mir Der gibt mir Ähm Ich kann da sogar mehrmals dran rumkauen Ich habe zwei Ich glaube ich kann mehrmals dran rumkauen Laufbitch Alter das ist nicht der Golem Der Typ hat mich Nochmal Das ist genau der Bist du ein scheiß Feigling Bist du so ein Drecksack Alter was ein Wichser Sowas ist richtig räudig Trade Ja komm Eine Bottle nehmen wir uns Und Kann man immer mal gebrauchen Player Level Ah Ah Okay Ja genau Leck mich am Arsch Weiß nicht mal wie man solche Sachen hier macht Hast mich nur aus Versehen angegriffen Na klar Aber nicht von ihm für die Bandages Na muss man auch Muss man auch sagen Ich würde gerne wissen Wollen die kaufen können Oder dann kaufe ich mir gleich mal Ein Arsch voll von denen Ich denke das kann schon praktisch sein Er hat im Chat geschrieben Na gut Verzeihen wir ihm mal Er hat Ich würde mal sagen Hier seine Schand Schmuddeltat Hier Na gut Ich hasse ihn immer noch Drecksack Blatt Kannst du Kann Blatt mir vielleicht irgendwas machen Ich glaube man muss hier auch Man muss hier auch alles durchchecken Ne ist nichts Dann gehen wir zu dem normalen Einfach ganz normalen Shop Wo ist denn der Da hinten Ne Ist denn dieser globale Shop Aber wo wir vorher waren Wie viele Metallplätze haben wir noch frei Dann nehmen wir uns ein Päckchen Für irgendwann anders vielleicht mal Ah jetzt Store Alter 75 Da Resource 400 und 100 Ist halt teuer ne Okay Und das hier 1000 Das ist natürlich mega nice Es bringt sich gar nicht Das hier zu kaufen Das ist ja viel zu wenig Medium Backpack Ich frag mal im Chat Vielleicht kann mir da irgendjemand helfen Du was kriegst Ich frag mal ihr enterprises AnfPI Das konflikt Waucht Wir brauchen und Wir brauchen Danke wir nutzen Und Ich Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Wг Wir brauchen Herzlich verstanden, wa? The backpack in your inventory is the same size as the model. Hm, hm, hm. Ah, was sagt er? Würde ich jetzt nämlich gern wissen. Player Level increased. Player Level ist unser Character. Oh, was sagt er? Cool, er sagt nichts. Ah, ich will bei ihm, one bigger. Ja. Ah, cool. Alles klar. Geil. Das heißt, wenn ich jetzt hier den da kaufe, mit 150, buy, purchase, dann... Size Limit... Äh, sollte eigentlich, nach der Theorie von denen... Sell, ja, kommt Verkauf. Jetzt weiß ich natürlich, ob ich den jetzt geholt habe, ne? Weil ich mich nicht selbst sehen kann. Ah, da hier. Okay. Size Limit 150. Und Gewicht kannst du immer noch nur 50 holen. Okay. Ja, frage ich mal. Ja, anyone has burst mechanism. Hatte ich das nicht vorhin mal? Ja, hatte ich vorhin mal gefunden, aber... Interessant, man kann hier... Ich finde, die sind schon nett, also, oder? Hi. Okay, hi. Ach, so geht das. Cool. Das ist okay. Why are you unless you level a counter strength? Ah, mit strength hat man dann mehr. Ja, gut, wie gesagt, wir entdecken das Spiel auch erst noch. Und ich lese mal kurz, ganz schnell. Ja, Charakter strength. Ich lese mal hier. Da müsste es bestimmt gleich kommen. Safe zone has been compromised. Please evictary a safe zone will... Welche? Ah, da hinten. Nicht die hier, das ist gut. Ja, gut, wir chillen es noch ganz kurz hier, weil ich will noch... Wissen. Was bringt hier... Ich glaube, ja, wenn man strength erhöht, dann erhöht sich einfach die... Die Kraft, die wir haben, wie gesagt, damit gleichzeitig eben... Was wir halt dann machen können. Oh, was ist denn das hier für ein Stab? Flare. Cool. Sitzen wir mal ein. Oh, man frisst scheiße. Tribes have you team up with people as we... So. Na gut, dann würde ich sagen, sammeln wir mal ein paar Päckchen ein. Und dann gehen wir mal los hier. Delivery Missions. Machen. Bzw. Leider nicht machen. Nur vorbereiten. Denn... Diese Folge ist danach womöglich... Auch wieder zu Ende. Leider, leider. Wir hatten Spaß. Auch nur bedingt. Weil wir ein paar Mal gekillt wurden. Aber wir haben rausgefunden, dass es einer ein Golem ist. Dass wir ziemlich, ziemlich nice sind, weil wir auch... Wir sind einfach geil. Und ich habe jetzt, glaube ich, keinen... Doch. Perfekt. Ich kann auch ein Päckchen holen. Päckchen, wo bist du? Ich finde dich. Päckchen. 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 Wo ist es denn? Eines brauche ich noch. Escort Package Drop-Off. dir helfen wir nicht du dich mag ich nicht ganz einfach ach als Info Julian wird auch anfangen Never zu spielen das heißt wir sind dann da sind die Päckchen das wusste ich das heißt wir werden bald zu dritt spielen und ich freue mich schon mega mäßig da drauf so dann müssen wir es abgeben Riverside Trading Outpost Museum dann muss ich mich entscheiden dann droppe ich den mal hier weg das ist Museum gewesen und das hier ist dann folglich dann droppen wir den hier weg mit der Kake wir können auch gleich den nebendran nehmen oh Attack will happen gleich dann beeilen wir uns Museum Westview da willst du mich verarschen Westview da haben wir Riverside dann müsste das der zweite Museumspäckchen das zweite Museumspäckchen sein ja Museum Museum Perfekt Alter wir haben kack viele Waffen ohne Muni alle ohne Muni naja wenigst haben wir Waffen auch wenn sie es nicht bringen Museum ist da hinten dann stelle ich mich schon mal ähm praktisch hin für für das nächste Mal wohl komm Museum ist nicht weit weg das bringen wir noch komm das ist kein Problem das schaffen wir in zwei, drei Minuten noch dann kriegt ihr halt klein wenig mehr Spaß als erwartet öhö ne mh lecker Chips ich bin nicht mehr protected das heißt dass wir wieder angegriffen werden können unlock da hält die Axt auch anders klar wir sind fast da und wir müssen na ich guck gleich mal nach wir müssen zum Blue Trader zum Blauen gucken wir uns schön um wollen hier nicht irgendwie schlechte Überraschung haben denn ah wer war tot ne gut niemand hinterher gelaufen boah ich glaube weißt du wenn du mal so eine Zeit lang Delivery Missions gemacht hast ne dann dann farmst du dir dein Geld anders zu nehmen und machst du es durch Monster töten oder sowas ich weiß ja nicht wie viel das eigentlich bringt ich hab leider voll vergessen nachzuschauen ich hätt eigentlich ich hätt eigentlich meinen mein Stuff verkaufen sollen ich bin nicht blöd sollten auf geht's dann dann nicht alter solche hab ich auch noch nie gesehen oder ne doch die kennen wir ist die etwa das Museum ist halt keine Safe Zone ne komm rennen niemand hat uns gesehen niemand hat uns gesehen gut blutradar das heißt dass die was soll das jetzt heißen wir müssen schnell zum blauen gehen scheiße schnell 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 ja ich hab hier ein Päckchen willst du nicht traden das ist doch der ah das ist nicht schade ist der da oben ne ach man immer dieses Gesuche von diesen Leuten das ist auch nichts das ist der Grüne ach komisch jetzt öffnet sich gar nichts mehr vielleicht kann ich gar nicht kann ich gar nicht gar nicht vielleicht kann ich gerade gar nichts machen weil die hier compromised wurde ja dann liegt das daran gut dann will ich sagen schade schade Schokolade hätte ich gerne abgegeben aber dann bis zum nächsten Mal Tschüss пос schade bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal � , bis zum nächsten Mal noch hurt ve hier mont wo nous ooh